Hallo zusammen, morgen früh, ich bin in Sydney im Zug für ein Flughafen in Zürich. Ich bin auf dem Werk für Ruka, Finnland. Dort kommt es mitzufahren. Fabulous heisst er. Ich finde ihn eingeladen, ich hoffe es wird gut sein. Und ja, sehen Sie später. Check it! Hallo zusammen, ich bin Neil Sickly, es ist etwa ... oder besser gesagt genau ... 16 in 47. Jetzt sind wir dumm früher. Aber ja, jetzt bin ich im Warten für den nächsten Flughafen. Bis später. Es war recht easy, den Club besitzen. Ich habe echt ein gutes Magic gehabt, den Bier im Flugzeug. Ich bin recht froh gewesen, das erste Mal, wo ich so eine gute verwirsche. Es kam ein bisschen k ransom, wenn wir nicht miss, wenn wir nicht geben müssen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 das ist Minioe, aber da vorne, auf der Vorderseite hat es irgendwie ein Drei-Lifter, auf der inneren Seite hat es Drei-Lifter, der Park ist auf der hinteren Seite. Der Wind kommt also nicht so gut her, das windet schon ein bisschen oben in Lampland. Aber ja, ja, ist voll easy. Es ist echt so ein mini-mini-Ski-Resort, würden wir bei uns oben sagen, aber bei oben ist es recht gross. Das war es so cool. Ja. Es ist ein langes Mal, wenn ich jetzt die Zeit habe. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Das ist das, was ich schon mal. Das ist so cool. Es ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Get it, bam!